hey leute was geht ab hallo und herzlich willkommen zu petrovich let's plays und heute spielen wir weiter assassin's creed syndikat wir sind hier stehen geblieben bei dieser truhe templetruhe suchen so wir sind schon da wir haben ein bisschen diese umgebung gesichert von den ganzen leuten splitter ja komm schon ein bisschen konzentration sag der erste was ist jetzt los komm reite doch weiter ja du ja eigentlich schon besser diese pistole bringt nicht viel komm schon ey wie soll ich was für ein action ey komm schlack ihm schlack ihm ja 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 komm schon ja ja Wohin? Jawohl, geschafft. So, wenigstens ein Buch geschafft. Nicht die ganze Kiste mitgenommen, sondern nur ein Buch? Ja egal. Hauptsache vielleicht stehen irgendwelche wichtige Dateien in diesem Buch, dass wir das später finden können, diese wichtigen, diese edlen Splitter, oder wie die dann das nennen, hoffentlich stehen da wichtige Informationen. Sonst war das alles umsonst. Boah, sieht schon gut aus. Schon viel besser als vorher. So, was machen wir jetzt? Ah, ein solider Eichenstock. So was eignet sich nicht nur als Gehhilfe. So, gucken wir mal ein bisschen was hier in dieser Zug gibt. Okay, ein paar Aufgaben. Da kann man sich umziehen, glaube ich. Warum will die nicht rüber? Ich verstehe das nicht manchmal, ey. Was ist das? Ah, Klamotten, Buffen und so. Okay, alles klar. Nee, nicht wirklich. So, rüber. Was ist das? Zug außer Kontrolle. Zugversteck. Zug außer Kontrolle. Im vollen Level 3. Reparieren Sie schnell den außer Kontrolle geratenen Zug, bevor er entgleist. Heruntergeladen in Halt. Okay. Volle Synchronisation. Bonus 75 und 100 TP. Belohnung 830 und 400 TP. Ja, komm, probieren wir mal. Was jetzt? Komisch. Es hat nicht direkt geladet. Naja, okay. Mal gucken, was jetzt kommt mit dieser... Außer Kontrolle der Zug. Mit welcher Händler reden? Ah, V800. Ja, okay, alles klar. Ja, lass mich doch durch. Ja, komm. Schlag ihm zu Brei. Schlag ihm zu Brei. Schlag ihm zu Brei. Schlag ihm zu Brei. Ja, ich gehe jetzt mal ganz hoch und guck mal, wie weit ist das mit dem Händler reden. Uaijo, 800 Meter. Ganz schon lange Strecke. Okay, alles klar. Ja, aber wenigstens können wir so machen. Zack. Und dann geht's bisschen schneller. Zack. Jawohl. 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 Das ist schon... Wieso? Keine Ahnung. Wieso Spider-Man? Spider-Man mäßig. Okay, ich laufe ein bisschen auf die Straße. Da kommt ein Polizist. Kein Problem damit. So. Also... Oder ich nehme lieber ein Pferd. Ja, es geht schneller. Warum komm ich nicht rüber und erteile dir mal eine Lektion? Ja, versuch es. Warum habe ich nicht direkt so gemacht, mit einer Kutsche? Direkt fahren. Obwohl ist bisschen gefährlich. Weil sind alle Leute überall. Also gegnerische Bande. So. Zack. Es geht sogar schneller als laufen. Ja, bisschen Gas geben. Oh, ja. Umfall. Mein Pferd ist außer Kontrolle. So, jetzt sind wir hier. Ja, wir müssen hier mit diesem Typ reden. Ja, wer wird schon bereuen? Ob ich Angst von dir habe. Habe ich geplundert? Ja, habe ich geplundert. Perfekt. So, jetzt rede ich mit ihm. Ich habe was Schlimmes gemacht. Der Zug hält nicht mehr an. Er hat das Schwungrad. So, jetzt muss man schnell machen. Komm. Komm, 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 komm. Na, dreh um. Na, komm schon. Wir müssen es schaffen. Komm, gib Gas, gib Gas. Gas geben. Auspeitschen, die Pferde auspeitschen. Komm, geh weg. Abspringen. Abspringen. Ich muss da oben. Komm, schneller, schneller, schneller. Es muss irgendwo hier sein. Nein, ey. Ich glaube, wir schaffen das nicht beim ersten Mal. Weil ich habe Fehler gemacht. Ja. Es ist nicht so einfach. Na, das läuft immer weiter. Ich habe ein bisschen Fehler gemacht. Ja, okay, alles klar. Jetzt haben wir verkackt, diese Mission. Ja, noch 30 Sekunden, das schaffe ich nicht. Ey, das schaffe ich nicht. 10 Sekunden, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nicht geschafft, okay. Scheiße. Okay, ich probiere nochmal. Ja, wir müssen auf den Zug kommen, irgendwie. Es war ein bisschen gerade eine kleine Fehler. Ich habe gesagt, ich dachte, das ist so ein Platz, irgendwie. Aber ich wusste nicht, dass direkt ein Zug ist, wo ich drauf springen muss. Jetzt müssen wir ein bisschen gucken, wie ich da drauf komme auf den Zug. So. Komm, lade schneller. What is it? Ja, wo du sitzt. Zack. Gib Gas, gib Gas, gib Gas. Ich gebe Gas, bisschen. Komm, bisschen Gas geben. Komm, bisschen Gas geben. Komm, bisschen Gas geben. So, liebe Freunde, ich mache mal jetzt hier kurze Pause. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Abonnieren und liken nicht vergessen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war's mal. Das war's. Du bist дел mit.